Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Ich habe jetzt noch ein bisschen am Greenscreen gearbeitet, zwischen der letzten Folge und dieser hier jetzt. Und wir waren ja noch nicht fertig mit Rekir, so ein Quatsch. Redguard, gut, gut zu sehen Sie wieder. Ich glaube, unser Kapitän hat es aus der Stadt gemacht, okay? Ich hoffe, du kannst ihn da sehen, um ihn zu sehen. Aber das Wunderschön, dein Kapitän war voll. Leastweise, er hat das für dich verlassen. Danke. Tobias sagte, das könnte deine Suche einfacher machen. Wie geht es dann? Tobias ist weg oder wie? Ist das deine erste Besuchung zu Stras. Machai? Nein, eigentlich nicht mehr. Nein, aber die Behandlung macht es sich nicht so. Mit den imperialen Ständen in der Kürze, Es scheint, wie eine andere Vassal-Town der Syribe. Aber für die Unreste von Lech-Blood? Die einzige Blod, die ich überlebt, sind meine Schwestern. Als ich überlebt, neue King-Less Hammerfell ist der Weg. Deine Apathe ist entscheidend... Reptilien. Ich weiß nicht, wie man das von dir ausfällt. Okay, äh... Taser-Blood-Substanz... Was sprachst du denn? Diese Tavern hat natürlich auch die Behandlung und die Behandlung von meinen Studien, als auch ein fein Storhaus von Spirits... Okay, hier haben wir alles durch. Äh... Meth-The-League? Well, I met the League. And? Evidently Azara was an important member. They seem sort of ragtag, but there's something about their leader that worries me. What did they say about your sister? They've been hunting for her themselves for a while. They only let me into the hideout to find out what I knew. Okay, is Zara in the League? I've been to the League Hideout. They say that Azara was in the League and mentioned that they were preparing for a counterattack against the Empire, but that she put a stop to them. How? Oh, she stole a soul gem from her. If I can find it, I can find her. Okay, a soul gem. What have you heard of soul gems, Strepius? I need to get my hands on one. Such arts are practice in Black Marsh, but we use unhatched eggs in place of gems. The practice was our blood for a while in the previous era, because such magic was... So prone to error. But after the mages guilds were founded, the ban on soul gems were lifted. You should try asking someone at the guild here to find out more. Okay, escape from the catacombs. I think I got away too easy. Like maybe the governor is watching me, hoping I'll lead him to Azara. So you saw no sign of her in the catacombs? There was a section closed off from me, true, but I don't think she was in there. The governor admitted he would have executed her if he knew where to find her. I don't think he cared enough about me to lie to him. Okay, fix the observatory. The observatory is fixed. Now I can use the telescope. Now I can use the telescope. Astrology fam, are you? It'll help me somehow, I'm sure. Helps the Yokudans. I've helped the Yokudans solve their problem. The gypsy woman figures she owes me one now. Never hurts to have a wizard on your side. So smugglers then? You've mentioned taking part in some smuggling operations. Minor stuff is all, and mostly new, now that the governor's men are keeping such tabs on me. What can you tell me about the smugglers then? It's run by some upright from the north. A quick to anger sort, and he only talks to members of the den. Hmm, what's the smugglers then password? They've changed it, ever since the Empire's been keeping such an eye on the Dragontail, but I'm sure some people above Tom could be persuaded to give it up. So, Flask of Lelandville. I've come across the legend of the Flask of the Landryl. Uh, that bug's got you too. Uh, a lot of people on this island are looking for it. Even the Empire, I hear. What would they want with it? The Scuttlebutts, they want it for an invasion of Somerset Isle to help them dispel its magical defenses. Wistwiz, be advised that the Flask's burial ground is well sought by more dubious parties than you. A lot of people? A lot of people are looking for the Flask. Anybody in particular? There's a Breton about town. Loud and lit to hear. By the name of Crendle. He was in a few weeks back bragging about having a piece of a map. A map showing where the Flask is best. Yeah, but Crendle's a drunk, so make of it what you like. Okay. I'd better keep moving. Can we talk later? Anytime, anytime. Okay, good. We have a few new infos. What have we now for new infos? Dregus says Captain Breton is looking for me. We killed him. Dregus mentions that Siona wants to see me. Dregus says Breton drunk Crendle bragged about having a piece of a map to the legendary Flask of Lidenbril. So, warte mal. Wir wollen auf das Ding hier wieder nutzen. Und dann gehen wir hier mal raus. Crendle, das war doch der Betrunkte, der hier mal rumläuft. Quatschen wir den mal an. Wenn der ein Stück von der Karte hat. Wo ist denn der? Da ist er doch. Da ist er, Trunkenbold. Äh, Strass und Kai. So, Strass und Kai ist eine große Party für dich, oder? Du musst einen Drink, Idiot, du musst einen Drink, der in diesem Ort bleiben muss. Und die Schwestern hier denken, dass sie das beste machen können. Hm, sie machen nichts. Sie machen nichts. Du musst einen Drink, Idiot. Nothin'. Wrixton's got them all scared. Is it the Green Team? You've certainly spent a lot of time at the local tavern. Wrixton's got that damn lizard, Gricius, charging three gold pieces for a lousy veil and wood wine. He freaks me out. Picking flies off the bar with his tongue. I can't relax with that. What's going on? So, damn lizard? Just like a drunk to blame the bartender for his troubles. Ha! Who the heck do you blame for yours anyway, tough guy? I know Drinkius' story. Just no one, no one else does. Damn, damned Argonians. The Dark Elves got it right. Cage them up and let them all whack. Don't like Argonians either. Who do you like, Tremble? Fine then, fine. Hang around that scaly bastard and catch the blue. There's a better case of that in 200 years. All I'm saying, those of us who play our eyes right, could open a right good belt shot. Yes. So, Liquor-Tex? Liquor-Tex? That's right. It's a real shock that sailors don't hang around anymore. He, 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 who's in charge of that one? Contact League? Any ideas on how to contact the Restless League? Here's an idea, Redguard. Tie a gold chest around your ankle and sink yourself. Flask of Gliendril? Ever heard of the Flask of Gliendril? You look like a treasure hunter. Ah, the, uh, the Flask of Gliendril. Everything good in life comes in a decanter. Flask map? Pedricius tells me you found yourself part of the Flask of Gliendril map. Oh, oh, he did, did he? Who, well, well, he's lying. Yup. That lizard's lying. Of course he's lying. You're not bright enough to have gotten a piece of the map. What? Haha, I'm brighter than you, Redguard. I do have a piece of the map. Hahaha, how's that? Didn't think I, uh, did, did you? Äh, ne. That's not enough. Good. Dann, gehen wir mal zur Siona. Die wollte ja auch noch irgendwas von uns. Beziehungsweise jetzt, wo die Wachen nicht in der Nähe sind. Ah, doch, da unten sind wieder welche. Gehen wir mal einen anderen Weg runter. Ja, Ok, das war delta. Was ich was, oh, na. Da, ist. Ah, Sie wollte irgendetwas von uns? Ah, ok. Krönes? Was sind diese Vorbeeren? Wer sind sie? Vorbeeren? Pah! Sie heißen mich ein Verbeeren. Sollte der Prinz uns mit den Städten vollen Soldaten, und nicht ein Honest Rang zu jedem. War meine Freundin in der Krieg in irgendeine Weise? Okay, Lizard. Das Lizard Barkeep? Ein Argonian? Ich weiß seine Politik, aber das Driekeus ist ein verdammt nusange für uns arbeitenlige Mädchen. Er hat eine Gründe. Er hat niemand vorher in der Nähe, oder? Und ich würde sie nicht holen. Ich würde sie nicht holen, oder? Du bist nicht für Driekeus, dann? Er ist nicht ein schlechtes Kind für ein Lizard. Er und wir nur nicht sehen, wie wir uns auf die Freundschaften der Besai, so zu sprechen. Aber er weiß jemanden, der ist jemanden auf dieser Ebene. Keine Fehler. Der Rest der Flie. Wie kann ich sie kontaktieren? Es ist gefährlich, Fabian. Es ist dein Schiff. Es gibt die Mikrofaktoren. Es gibt den Städten. Sie können sich mit diesen Städten verbinden. Danke, Sion. Rikton. Rikton. Er ist ein schlechtes Kind. Siona kann sagen. Sie hat mich einmal auf die Balance gebracht. Aber ich werde nicht zurückkommen. Vielleicht ist Siona nicht eine gute Frau, meine Frau. Aber sie ist eine ehrlichste Arbeitgeberin. Und sie mag nicht, sich als Dirt behandeln. Und sie mag definitiv nicht, sich bei diesem schrecklichen Schatten beobachten. Diese Katakombs? Etwas? Das ist ein Schiff. Es gibt eine kleine Schiff. Er kann einen Schiff. Unter dem Palastus. Wo sind die Schiff? Ich weiß nicht. Sollte. Sollte. Du bist sicher ein Schiff. Der Schiff ist von der Stadt. An der Schiff. Wo ist der Schiff? Der Schiff? Der Schiff ist der Schiff. Der Schiff war der Schiff. Sie müssen einfach noch auf den Schiff. Du kannst es nicht mehr. Aber es ist sicher, dass sie sich zu sprechen. Was ist das Schädel? Was haben wir jetzt neue Infos bekommen? Alter, wie viel von Siona? Ach, Dram heißt er! The dragon used by the Imperials to defeat the crowns is still in the catacombs under the palace, according to Siona. Siona says that she heard imperial guards talking about Brennan having been paid to set a trap for that red guard the governor's so hard about. Okay. Läuft hier noch irgendjemand anders rum? Gerade? Irgendwo? Läuft hier vielleicht noch jemand rum? Wir haben wenigstens ein bisschen Infos bekommen. Können wir auch speichern einmal. So. Ah, flitig! Können wir auch mal quatschen. Mit dem Jude? So. 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 Okay, Old Quarter, Flask of Lelandrill, both damaged. What do the Imperials plan to do here? Confusion often follows conquering. But if Septim does have a plan for Hammerfell, it hasn't been made clear. I suspect a greater plan than constant terror. For Richten has men all about the island, not just here in Strauss-Makai. Has Tiber Septim made the Crown suffer much for their resistance? Through his agents, yes, but I fear that the provisional governor is an especially wicked feast to swallow. The blood has slowed to a trickle, if only for lack of targets, and the crowns who survive still remain silent. Can a Red Guard not even admit his allegiance to the crown's openness? I can't speak for the rest of Hammerfell, but such an admission here is martyrdom at best. A persecution of silence reigns in Strauss-Makai. Tell me of the Forbidden. Throne defilers all, hosts to the invaded and hunders chain. Okay, now Old Quarter. What happened to the Old Quarter? It was the last stand of the loyalist crowns, and Governor Richten had it destroyed. It smoulders still all ash and dragonfire. Few escapees. I have heard tales of a magical flask buried somewhere on Strauss-Makai. A legend older than the Red Guard. Many have looked and failed. But who can resist the lure of lost treasure? In my youth, I, too, searched for the flask, but here the most, before I want to find a piece of the truth. The flask is in pieces? No, my brother. A piece of a map, purported to show its location. I say a piece of the truth. But that is only an old map I'm talking about. Where the map may lead to nothing. Even if it was... entire. Why? Perhaps, but it sounds like a worthy challenge. Do you still have the map? No. Since my house in the Old Quarter was destroyed, I've stayed in my... boat. I risked my life to save that map, and was justly rewarded for my unworthy obsession when it was stolen a few weeks ago. I'm glad it's gone. Why unworthy? A map to a priceless magical artifact seems like a worthy pride. And so the Red Guards have fallen. The elders teach the young. And who can blame them for learning? The true Red Guard risks his life for... Honor, pride and spirit. Ideology doesn't mark the spot, old man. As much as a lost map it does, mercenary. I saw but fit to warn you against searching for the flasks wealth for its own sake. The world is bigger than your... gold pouch. Yeah, yeah. A sword sold as a sword sullied against true cause. Never mind why I want the flask tripping. The boat damaged is the last one. The King said your boat was damaged by vandals. By the looks of it. Woke up one morning and the midboard was broken. I hope he gets to it. Soon. Thanks, Trip. I've got to go. He's yours! You won't escape! So. Dann wollen wir aber hier nochmal irgendwie hin. Warte mal. Nicht... Nicht in den Dwelling. Oder? Doch in den Dwelling. Hier irgendwo. Ah, hier. Hier haben wir noch eine Tür. So. Vielleicht ist das hier das. Ja, geil. Jetzt kommen wir hier rein. So. Dann können wir da jetzt auch nochmal. Hm. Denn ich hatte gerade irgendwo noch gelesen gehabt, dass wir hier in... Ada. Open chest. Nothing. Ah, ja. Und hier ist noch eine Kiste. Was ist das? Da haben wir den Silberschiff. Okay. Nice. Haben wir jetzt. So. Ah, nein. So. Jetzt können wir rüber. So. Dann haben wir das jedenfalls auch nochmal schon mal geschafft. Hm. So. Dann können wir auch einmal nochmal mit dem anderen DLQ da quatschen. So. Jetzt können wir auch einfach mal wieder ein Save Game machen. Wir sind ja auch schon wieder weit fortgeschritten. So. Und äh... Needle wurde ja auch noch gerade erwähnt. Und für den müssten wir noch Kiffrill suchen. Und... Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir da weitermachen. Wir müssten ja doch eigentlich da... beim Park hier irgendwie hin. Oder nicht. Ich würde aber jetzt nochmal mit dem hier versuchen zu quatschen. Okay. Komm. Okay. Komm. Ich muss kein Kind finden auf genau sie unter vieles Neuge an! Oder als ein Traber. Oh-hawa-ha. Ich werde dasarb�ективische Gesicht aussehen ein ganzes dites. Okay, was hat er jetzt gesagt? Dann quatschen wir mal jetzt Freephick, nochmal, dann kann der mir vielleicht irgendwie helfen, wieviel haben wir jetzt davon, das ist normale Map, Jutus Map, ah nein warte, dann Silver Boat, Jutus Map, wir haben schon drei Teile, dann fehlt da wirklich nur das Ding da von Kithril, äh, nicht Kithril, von äh, von dem anderen Dude hier, äh, Krendel. Ja, die sind jetzt alle wieder hinter mir her, natürlich sind sie alle wieder hinter mir her und gehen mir auf den Sack, die haben auch nichts besseres zu tun. So, wo ist Freephick? Da ist Freephick. So, komm. Ja, komm, Cyrus. So, Krendel. So, Krendel ist, dass du ein Thief hast, Krendel hat, dass er deine Map-Pieße hat. So, er hat er jetzt? Ich sollte es wissen, dass es sogar ein Vorbeer ist, das war. Vielleicht kann ich es zurückkommen. Was war auf der Map? Oh, nein. Kann ich das nicht nachher? Ja, klar. Vielleicht kann ich es nicht mehr überspringen. Jetzt haben wir aus Versehen noch mal gemacht. Zwei Kremlber, ein X und die Notation-Long-Train. Und man kann das nicht überspringen. Wenn du es findest, behalte es. Ich bin zu alt für solche Dinge. Vielleicht kann ich Krendel es für mich finden. Danke für deine Hilfe, Tripp. Danke, Tripp. Ich muss gehen. Dann noch mal zu Krendel. Du wirst nicht weg. Komm, komm. So, mal gucken, was jetzt mit Krendel passiert, wenn wir mit dem jetzt reden. Boah, aber die Wache, die regt einen schon ein bisschen auf, finde ich. Die nervt auf jeden Fall. So. So. I have some info that may concern you, Krendel. I heard some boys talking that they had found your hidden map piece. That's impossible. They're just talking. Tell us a Krendel they are. They couldn't know where it is. So, gift map details? No, I'm, I'm not so sure of that. I overheard them say it had two numbers on it. An X and long tree. Didn't mean much to me, but I checked your hiding spotify with you. What? What? I mean, what? Hm. Gentlemen, another life. Now go away, Cyrus. Okay. Gehen wir mal. Oh, die Wache. Warum muss sie so nerven? Kann die Krendel irgendwie hinterherlaufen? Hey! Stopp following me! Hey! Come on! Come on! Yeah! Put it down! Ich will die Wache hier loswerden. Come on! I'll spill yours yet. Weißt du was? Wir machen den hier jetzt kalt. I'll cut you! Blattrackets! Haha! Put it too quick! Okay. Der ging. Five gold pieces. So. Wo ist Krendel? Da kommt schon der nächste. Ist er noch hier? I'll spill yours yet. Der hat ja gesagt, gab's. Stopp verloren irgendwie. Eindnisse. So. Was passiert, wenn wir jetzt so ganz normal hinterherlaufen? Wo ist die Wache? Aber ich werde dich schon jetzt sparen, ne? So! Alter. Du jetzt nicht auch noch. So, gleich gleich. Ah, nein! Oh, gehen die mir jetzt aufm Nerv. Wo ist Crandall? Okay, ich habe ihn ganz kurz gesehen. Da müssen wir noch hin. Da läuft er, okay. Okay, der ist hier am Paar. Also hier hat er es irgendwo versteckt oder wie? Ah, nee. Jetzt gehen die mir wieder auf den Sack. Soll ich jetzt check dich fest? Hier ist das Ding? Irgendwo? Boah, die Waffe müssen wir loswerden. Ja. Komm. Ah, jo, den haben wir. So. Nein. Aus dem Weg. Ich habe nichts mehr für die Gesundheit. Mit sieben Gold kann ich nichts anfangen. Okay, der war jetzt hier. Jetzt müssen wir aber eben ganz schnell irgendwo anders hin. um unsere Gesundheit wieder voll zu machen. Ich bin dir doch nicht gefolgt. Wir wissen auf jeden Fall wo die Location ist. Jetzt müssen wir aber die Dudes hier mal loswerden. Der eine ist hier auch schon despawned. Und hier hängt einer auch noch fest. Ich hoffe, der bleibt da auch hängen. So. Und hier hängt einer auch noch fest. So. Einmal Gesundheit voll machen. Dann holen wir uns jetzt mal das Ding. Ja, nicht auf die Art. Erstmal die Wache loswerden. Ein scharmer Schwert wird dein Geist. Hey, komm mal. Kann der Mann ein paar Blöden haben? Ein paar Blöden haben? Ja, Crandall. Hau ab. Das nervt nicht. Wir wissen jetzt, wo das letzte Stück da ist. Und gehen da jetzt mal hin. Komm mal. Hallo. Ich glaube, wir müssen das da aber ausgraben, oder? Wir haben ja jetzt die Schaufel. Da. Da. Da war ich hier irgendwo. Yo. Der macht da tatsächlich. Habe ich jetzt das Ding? Was ist das? Yo, jetzt haben wir es. Nein. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge holen wir uns das Ding noch einmal. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018